Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktausblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Mittwoch, den 15.01.2014, 9.25 Uhr ganz genau. Wir starten bullisch in den Tag, der DAX konnte heute durchaus kräftig anziehen. Wir haben fast 1% plus zu verzeichnen und damit ein neues Allzeithoch kurzfristig gemacht. Wir sind über 9.626 Punkten aktuell. Die amerikanischen Indizes auch, leicht bullisch. Der Euro zog ein wenig zurück und die Edelmetalle verloren ebenfalls ein wenig. Wir beginnen erstmal hier mit dem WTI-Chart auf der H1-Zeiteinheit. Wir sehen hier, dass wir immer noch in einem intakten Abwärtstrend sind. Und wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Ganze für uns auszunutzen. Wir haben auf der einen Seite den Fortsetzungstraight, der hier unter 91 US-Dollar pro Barrel WTI aktiviert wird. Es könnte aber auch sein, weil hier sich sehr, sehr viele EMAs befinden in diesem Bereich. Das sieht man sehr, sehr schön, wenn man sich mal hier mit dem Indikator das Ganze anguckt. Hier haben wir nämlich die wichtige Monats-EMA 50, die schon oft für einen Abpraller sorgte. Hier kann es sein, dass eine untergeordnete Bodenwende oder Bodeneintritt, eine Trendwende, die ihn eventuell hier über 94.21 nach oben bringen könnte. Das heißt, kurzum, die Setups von gestern sind noch gültig. Unter 91 der Short und über 94.50 der mögliche Long. Also der Euro-US-Dollar, da hat der Long-Trade, der wurde nicht getriggert und der hat auch nicht funktioniert. Also das ist halt, hier brauchten wir letztendlich einen bullischen Kurs über 1.36.90. Der wurde nicht erreicht. Wir sind dann hier gescheitert. Und damit ist die Long-Prognose nicht hinfällig, aber sie ist erstmal vertagt. So kann man es durchaus formulieren. Auf dem H4-Chart, wenn man da mal versucht, einfach alles wegzumachen und sich mal diesen Chart anzugucken, dann stellen wir fest, dass wir hier momentan in der Situation wieder uns befinden, dass der Chart mehr oder weniger impulslos ist. Und je nachdem, welche Sichtweise man hat, die aktuell nicht ganz letztendlich geklärt ist. Wir sind auf der einen Seite hier weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend, aber gerade hier in einer Konsolidierungsphase. Unterstützt heute kurzfristig durch die Trendlinie bei 1.36 der psychologischen Marke. Aber solange er jetzt hier nicht diesen Doji überwinden kann, ist er korrektiv gefährdet. Und da warten wir heute erstmal ab, was der Euro macht. Das gleiche gilt auch für das britische Fund. Wir hatten hier eine Long-Position geplant, über 1.6517. Aktuell testet er hier die wichtige Tages-EMA 55 an. Wir laufen jetzt hier in eine konsolidierende Situation und ich denke, es gibt da maßgeblich zwei Möglichkeiten, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Jedenfalls erstmal aus der vorrangigen Sicht. Wir sehen einen bullischen Ausbruch über die 1.6510. Dann hätten wir Platz, vielleicht so 70, 80 Pips bis zum aktuellen Hoch hier, bis zum lokalen Extrema von 1.66 US-Dollar pro britisch Pfund. Sollte er heute weiter bärisch laufen, wäre die nächste Station die 1.6230, 1.6240 US-Dollar. Und da könnte er dann eventuell drehen. Das wäre die nächste Möglichkeit, wo man sagen könnte, hier wäre er eventuell Long, wenn es denn die Kerzen bestätigen, beziehungsweise wenn man untergeordnet, dann hier eine Trendwende feststellen kann. Also mehr würde ich da heute auch aktuell nicht wirklich machen. Der US-Dollar, Kanadisch-Dollar auch sehr interessant. Weiterhin sehr, sehr bullisch zu sehen. Wir laufen in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Was heute interessant werden könnte, wäre vor allem der Pullback auf diese gebrochene, konsolidierende Trendlinie. Kann man ja mal im Hinterkopf haben. Ansonsten ist er sehr, sehr bullisch. Sieht man hier, übergeordnet läuft er wirklich sehr, sehr stark. Aber auch hier würde ich sagen, entweder die Korrektur in diesem Bereich von 1.0895 oder wenn wir wirklich in den ganz kleinen Chart, in den ganz kleinen Timeframe gehen, dann wäre es noch möglich, dass wir hier uns in einer bullischen Flaggensituation befinden. Nicht ganz sauber aufgelöst. Aber da könnte man auch im Prinzip dann bei einem neuen Hoch, so ist es richtig ausgedrückt, bei einem neuen Hoch eventuell hier einen Long-Sculpt probieren. Diese zwei Setups im US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Bezogen auf unser Setup aus dem gestrigen Webinar, ist es so, dass der Euro-Australisch-Dollar hier die nächste sehr, sehr starke Widerstandsmarke herausgenommen hat. Der konnte hier sehr bullish triggern, 65 Pips, das ist in Ordnung. Man sollte halt jetzt nur aufpassen, dass wir hier bei der 1.5350 an ein lokales Hoch kommen. Das könnte möglicherweise für Probleme sorgen. Ansonsten wäre der Durchbruch auch hier sehr, sehr interessant, denn wir sind übergeordnet Long und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier durchbrechen, ist durchaus hoch. Deswegen wäre hier der nächste Durchbruch dann bei der 1.5350. Gegebenenfalls sehen wir heute ein Pullback, das wird aber spätestens aufgefangen bei 1.5240 hier in diesem Bereich. Da könnte er dann wieder Long gehen. Alles in allem bleibt der Euro-Australisch-Dollar weiterhin Long. Zum Euro-Kanadisch-Dollar gab es ein paar Fragen und auf die möchte ich natürlich eingehen. Wir sind jetzt hier an der Monats-EMA 200. Wir prallen hier mustergültig ab, sind schon 44 Pips abgeprallt und die nächste unterstützende Station wäre dann hier im Bereich von 1.49 glatt. Das wäre die nächste Möglichkeit, wo er sich eventuell stabilisieren könnte. Zweite Geschichte, man geht in den untergeordneten Timeframe, untergeordnete Zeiteinheit und könnte den Bruch dieser Widerstandslinie, der dicken Monats-EMA 200 auch eventuell traden. Ansonsten würde ich jetzt hier erstmal nichts machen, weil der Druck, der von oben kommenden EMH 200, der ist durchaus nicht zu verachten. Und damit könnte jetzt erstmal hier ein Pullback anstehen, gerade auf dem H1-Chart mindestens. Damit sollte man mindestens rechnen. Diese zwei Setups sind die Long-Setups. Ansonsten bietet sich jetzt auch primär erstmal kein Short an, sondern erstmal diese zwei Szenarien. Der Australisch-Dollar-Schweizer-Franken steht noch vor der Aktivierung. Hier hatten wir einen Short geplant bei der 0.8040. Aktuell stabilisiert er sich hier an diesen letzten Tiefs. Für den Long ist er mir übergeordnet zu schwach, daher nur die Short-Position unter 0.8043. Und dann haben wir noch den British Fund Kanadisch-Dollar. Da ist es aktuell so, dass wir hier an eine sehr, sehr schöne Widerstandsmarke kommen, die merklich zu identifizieren ist bei der 0.8034. Und hier sehen wir dann ganz deutlich, er konsolidiert da jedes Mal ein Durchbruch. Wäre hier sehr, sehr interessant. Vorher würde ich ihn jetzt aktuell nicht kaufen, aber erster Durchbruch macht ihn hier sehr, sehr interessant. Und wenn wir uns den DAX anschauen oder den Eurostox, die sind wirklich relativ stark. Gucken wir uns mal den Eurostox an. Der ist hier durch die Konsolidierungsformation durchgebrettert. So kann man sagen, wir hatten ja darauf hingewiesen, ist jetzt aktuell hier sieben Pünktchen im Gewinn. Das ist noch nicht viel. Wenn er so schließt, dann ist das ein weiteres Long-Signal. Der DAX ist auch relativ stark. Wir hatten gesagt, sobald er hier über die 9.556er geht, hat er Platz bis zum Jahreshoch. Und da ist er dann auch tatsächlich dran. Jetzt aktuell sollte er hier auch dann darüber schließen, damit das Long-Signal auch bestätigt wird. Weil aktuell bewegen wir uns exakt bei dieser Marke von 9.630 Punkten. Auf dem untergeordneten Zeitfenster sieht man, gerade hier sorgt das momentan für einen Stopp. Das heißt, wirklich weiter könnte es erst gehen, wenn wir hier die 9.644 überwunden haben. Das war so ein kleines Momentum hoch. Da ging es kurz drüber, dann zog er sofort wieder zurück. Und aktuell kämpft der DAX, wenn man das Emotional ausdrückt, mit der 9.630er. Alles in allem muss man sagen, erst über 9.644 könnte es interessant werden. Ansonsten wäre ich jetzt vorsichtig, hier direkt an diesem Durchbruchspunkt irgendeine Position aufbauen zu wollen. Der Nasdaq könnte heute interessant werden. Der drückt weiterhin Long über 3.590 Punkten. Dann ist die Konsolidierung abgeschlossen. Der ist sowieso stark. Also wenn Long, dann der Nasdaq, weil der viel, viel stärker ist als der S&P und der Dow Jones. Also wenn dann hier diese Geschichte. Und der S&P ist natürlich auch heute interessant. Es sind ja nicht mehr viele Punkte. Fünf Punkte und dann würden wir hier diese Konsolidierungsformation nach oben triggern. Und da, wie gesagt, stehen heute eigentlich die Anzeichen auf weiter steigende Kurse. Zumindest wenn hier noch der S&P über die 1.850er Marke drüber steigen könnte, wäre das ein bullisches Zeichen. Und wie gesagt, das jetzt was den DAX anbelangt, Vorsicht ist da geboten. Erstmal den S&P über die wichtige Marke steigen lassen. Erstmal den Nasdaq durchbrechen lassen. Und dann sollte der DAX auch hier nachziehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche heute viel Erfolg. Und sage wie immer Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.